Wo, hier oder wo? Ja, hier irgendwo. Okay. Ich bin mal kurz rausgesprungen. Ich bin mal kurz rausgesprungen. Da! Oh, oh! Ich bin beschossen! Der rennt wieder so aus! Endlich wieder dahin, wo ich hingehöre. Zum Land. Und tschüss. Wow, 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 wow. Alles klar. Da will ich hin. Vielleicht ist der Smart jetzt gerade, aber hey. Ich komme gleich nach. Also ich flieg durch bis zu Farmland. Ich fahr dahin. Bin in zwei Stunden da. Also wie es das anhört, bist du vielleicht gar nicht lang. Klippen runterfahren ist keine gute Idee mit einem LKW. Ah! Sehr gut. Okay, du bist recht verjagt. Das ist schon lasten. Geil! Na, ich hab noch gar nichts. Ich fahr direkt dazu auf euch. Das macht Spaß. Ich roadkill hier einfach. Bitte das ganze Team. Einmal hab ich's hingekriegt, hey. Warum nicht noch einmal? Fahrzeugkirchen, da seh ich nicht. Alle Nähe. Ist zwar nur ein grünes, aber besser als nix, ne? Ja. Okay, ja. Ja, wenigstens da, Leute. Ich hab's so lange gebaut, auf ihn will ich leider keinen Ruhl empfehlen. Schritte, 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 Schritte. Achso, das wird man ja, okay. Nur ein Schatten und Schritte gehört. Von Schatten gehört? Schatten, Gefäden und Schritte gehört. Kann ja eh nicht gewesen sein, weil ich auch im Dach war. Ja, war's auch. Okay, fliegt hier mal ein bisschen mehr das Wohnen rum. Ich hab vielleicht kein Lootgeld, um mich weiter wieder zu holen. Wollte ich holen dann auch so, ist noch nichts zur Lieferung. Und hier ist doch alles relativ safe. Hey, wartet mal. Hier, Leute. Hier kommen wunderschöne Sachen jetzt. Oh, ich hab's noch nicht gemacht. Jetzt. Jetzt kommen hier wunderschöne Sachen. Ja, easy. Warte so, Leute. Boah, ist ja krass. Gucken wir mal mit meinem Thermal-Visier, ob das so abgeht. Mein Thermal-Visier sagt bisher noch gar nichts. Mein Herz sagt auch noch nichts. Wow. Du Arsch. Sven, das Herz muss pumpen. Herz muss pumpen, Mama. Boah, Alter. Doppeltes ist sogar noch witziger. Wer war das? Oh, ich dachte eben, da hinten ist ein Sniper. Das war aber die Sonne. Zwischen den Bäumen. Hat jemand von euch den Dranater geworfen? Hallo? Nö. Nö, du hast ihn wieder schrecklos sehen. Ach, die seid über mir. Weißt du, ich dachte, jetzt kommt da echt so ein Spruch wie so. Ja, das ist wie in echtem Leben, ne? Aber nein. Wie, du hast es mittlerweile schon erwartet, Sven. Das war fies. Ich kenn dich halt schon. Nein. Das ergibt ein schlechtes Spiel, Sven. Da hinten kommen welche. Hinter mir. Was heißt denn hier? Hinter mir, wo wir herkommen. Von hier. Von dir ist auch kein Thema. Ja. 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 Das waren einfach mal zwei oder drei eben. Ja, ist klar, der rote vom Dach. Oh, ich bin down. Oh, shit. Kannst du gut das fallen? Einen hab ich gedown, der anderen hab ich Star-Ansuch gefügt. Wo waren die denn? Oder der letzte Rass-Rand hat den gedown. Ich hab mich drauf gestoßen. Ah, nein. Aber der kommt jetzt gleich um die Ecke. Sven. Nicht. Ja. Ich bin down. Andere Richtungen sind auch zwei. Scheiße. Oh, nee. Wer geht nicht. Erstmal bin Gulag. Ah, Gulig. Der hinterher jetzt. Kommt wieder. Komm, wirft was. In deine Richtung. Ist jetzt auf die andere Seite. Ist jetzt wieder rechts von dir am Spawn. Ich hatte einen Hitmarker. Ich hatte einen Hitmarker bei ihm drauf. Hat aber anscheinend nicht gezählt. Na, Kampf. Easy. Ich seh, wie sie da zu zweit auf dich kommen und es erschlagen. Ja. Es ist Rewind-Time. Scheiß auf Farmland. Ah, nee. Aber da ist ne Ausrüstungskiste. Okay, können sofort ran. Schalter sie aus oder nimm das Ziel ein. Wie eine Schlange. Auf die andere Seite. Das ist eine Schlange. Ich bin gespannt. Ich hab gerade so gestorben. Hah, hör auf. Weg geh! Jeder für sich. Aber die bekriegen sich doch selber. Ich hab keine Muni. Das ist schon spannend. Ich hab keine Muni. Ich hol mir die Muni von denen. Rache. da mitten drin steht einer ja ich hab' was kann wenn er mich sieht dann nicht dann halt ich... dann macht's keinen Spaß ne genau dann hab ich da auch nix von mein Auto ich hab mein Auto da vorhin ja noch geparkt ich wusste warum hab' hier so ne Kiste jawohl da kannst du die Runde locker holen jetzt ich mach' n Roadkill ja easy da kannst du die Runde noch holen ich mach' n Roadkill JA da, da dada da dada da ist er vohl 다른 da ist er war gut était Mach ich genauso erfolgreich mit. So Leute, hängen noch ne Runde dran, die war jetzt noch nicht so geil. So, macht jetzt Action, wir holen die gleich wieder. So sind wir verblieben, mal gucken wie es ausgeht. Wie er einfach abgesprungen ist. Ja, wir haben ein Deal gemacht. Alles klasse, dann ab gehts. Ab geht die Party und die Party geht ab. Easy. Oh, ich bin im Ha... Oh, oh! Geh noch vor dir? Was? Oh, landet einer. Weg, umdrehen! Umdrehen! Na, dahin geht Sven! Okay, okay. Was ist meine erste Reaktion? Kann sein? Sven? Scheiße! Machst du nicht Sven? Er hat ja Raketen einfach nicht geschossen. Wo war denn der? Hier in so nem Flugzeugfrag. Ja, hab ihn. Oh, oh! Mach ich den anderen aber nicht! Okay. Wir machen uns einfach anders, um Drasson würde es aber wieder gleich. Oh, Mann! Sven war ein bisschen so ein Noob. Ist so... Links von dir. Am spawnen. Links von dir. Läuf hier, läuf dich zu. Mitte links. Brennt, brennt. Ist wieder am spawnen. Geht Mitte. Mitte spawnen. Links wieder spawnen von dir. Läuf links jetzt durch. Mitte. Oh, Mann! Muss auch schießen, Sven. Ich glaub, er hat verloren. Ich glaub, er hat verloren. Ich glaub, er hat verloren. Ich weiß nicht, wie ich drauf kommen, aber ich glaub, er hat verloren. Mit dem festen Ziel, weißt du? Oh, Gott. Sven, ey. Wie soll der schon? Der Hund ist nie vertagt, ey. Ganz ehrlich. Häuser, sagt er. Du gehst zurück an die Front. Hinnig? 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 Oh, nee. Sprachnachricht vom Chef. Na, ist krass. Wenn morgen... Ist ja nicht morgen arbeiten. Ja, ja, mein. Sind bei dir Leute, die normal so rumlaufen? Nee. Nee, wirklich jetzt oder nicht? Das ist wirklich Ruhe. Oh, Mann! Ich war grad mit Roadkill angekommen. Lass, 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 lass. Wo ist da? Auf den er schießt. Ich kann leider nicht markieren. Bei der... Hier, bei dem Plus drauf. Bei diesem Kanal... Dinger drauf. Okay. Oh. Bin hängen geblieben. Ja, jetzt ist der Zeit, ne? Rein Richtung Stadion ist das, glaub ich. Ja. Okay. Richtung Stadion? Alles klar. Wo hier oder wo? Ja, hier irgendwo. Okay. Ich bin mal kurz rausgesprungen. Mal sehen! Da! Oh, oh. Ich werde beschossen. Der redet wieder so aus. Ah! Hier ist die Gasmaske. Oh! Vom Dach aus? Da... Wir werden grad besnackt. Vom Dach! Wo ich markiert hab! Blau! Aua! Er ist kurz AFK. Du musst ihn kurz in der Decken geben. Naja, alles gut. Ich versteh nicht. So! Wir sind wieder da. Gab... Ding! Huuu! Was ist... Bei mir? Direkt bei der Lupe da. Oh, oh! Nein! Du saß nach Land! Ach Käse! Er kommt auf mich zu! Er macht nicht! Da ist er! Da! Er geht getrun. Oh! Will das! Jetzt zeig mir ihn! Nein! 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 Ach man! Es hat gelackt! Geil! Alles klar! Einfach Nahkampf-Smell! Da bekommen sie nicht klar! Nahkampf! Ich hab keine Ahnung mehr wo er ist! Easy! Dein Glück, dass das schlecht war! Der ist... Da scheiß ich auf die Fiste, ganz ehrlich! Komm, ist er auf dem Dach! Nein, das ist der Gegner! Ist er auf dem Dach! Ist er auf dem Dach! Ich hab die Ausrüstung nicht vor dem Kopf gar nicht! Hier ist er auf dem Dach fest! Ich muss das holen, dann krieg ich doch Geld! Beim Auto? Nein, dann kriegst du 2.000, ja! Erstmal hier Geld raus snacken! Hier und das... Ja, nice! Seht ihr das? Gute, das ist ein Lecker! Und der Steuer fehlt einfach! Ist das ein Wort des Tages, oder was? Ja! Was? Heute wohl! Genau so musste das sein! Aber wenn nicht ich in der letzten Folge euch die ganze Zeit zugeschaut? Möglich ist es! Ja, möglich ist es! Äh, Bedrung 2! Ja! Das ist gut Sven, das ist ja kein Ding! Ja, ich laufe über ne offene Brücke! Ja, die sind hinter ihm! Glaub ich! Ah, das ist ja kein Schloss! Ja! 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 Ich hätte so oft drauf! und trotzdem nicht getroffen. Schade. Ich mag die Kragunov nicht. Das war eine gute Runde. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Tschau.